Hi Leute, weiter jetzt mit Let's Play Plants vs. Zombies 2. It's about time. So, wir haben neue Nachrichten. Das hatten wir glaube ich schon. Das Schnapperbse-Paket ist jetzt verfügbar. Hol dir die neue Premium-Pflanze vorab und erlebe das starke Schnapperbse-Event. Sammle im Spiel und für begrenzte Zeit auch während des Schnapperbse-Events ab dem 5. März um 17.00 PST. Im Laden 250 Sampelchen, um die Schnapperbse freizuschalten. Frohes Pflanzen. Okay. Schnapperbse-Paket. Na gut. Toxie Minzes Turnier. Pflanze der Woche ist der Apfelmörse. Kälte Pinata gibt's und Paumminzen sind da. Okay. Dann holen wir uns jetzt erstmal die neuen Quests. Die sind ja zu Ende. Okay. Sie gehen vielleicht mal in den Zen-Garten rein. Dann haben wir die Ringenblume fertig. Und kriegen dafür die fette Beete. Dann haben wir hier noch die Zwirbel, die Knoblauch. Ähm, Päcktschall, Sonnenblume, AKEE, Stachelkraut, Blutzer-Sonnenblume und Unendnuss. So, die Wahl für die Biene ist dieses Mal ein bisschen begrenzt. Dann, was gibt es denn im Shop? Mal sehen. Also die Toxie-Münze können wir leider noch nicht kaufen. Kostümpartei geht leider auch nicht. Das hier würde gehen. Kostüm für Feuererbsen-Kanone. Machen wir mal. Haha, geil, ein bisschen. Das gefällt mir. Okay, was haben wir noch? Diese Woche sind dran Parfümpilz, Hochwalnuss und Seerosenblatt. Ich glaube, da würde ich mir die Hochwalnuss nehmen wollen. Und das war's hier. Ja. Die Feuererbsen-Kanone könnten wir uns sogar holen. Geil, das wusste ich gar nicht. Oder, wohnen mal. Die war doch vorher nicht dauerhaft frei, oder? Okay. Ähm, ich glaube, die hole ich mir definitiv als nächstes. Wenn wir mal genügend Juwelen haben. Denn für die haben wir bestimmt schon sehr viele Samenpäckchen. So, jetzt haben wir... Wir haben immer noch nicht die neue Quest. Ah, jetzt. Jetzt haben wir die neuen Quests. So, besiegt jetzt Zombie-Bauern, Irrwis, Apfelmörser und Battles Übungsraum. Sehr schön, dann spielen wir jetzt erstmal die Pinyata-Party. So, mal sehen. Wir haben die... Die Sprengnuss haben wir. Du kommst hierher. Noch eine Sprengnuss. Noch eine Sprengnuss. So, die beiden halten leider ein bisschen viel aus. Deswegen gebe ich denen gleich noch drei. Der zwei. So, dann machen wir das gleich mal so weiter. Dann kriegen wir auch ein paar Münzen. Eine Sprengnuss. Das ist jetzt irgendwie ein bisschen blöd. Sprengnuss. Die Sprengnuss. Mist. Drengnuss. Moment mal. Machen wir das mal so. Also, das wird dann auch nicht gut sein. Aber nochmal hier. Wir kriegen immer wieder ein paar Sachen. So, Spezialdünger. Den kriegt mal der hier ist. Hallo, ich wollte hier gerade ein Sprengnuss machen. So. Ich glaube, wir haben es geschafft. Super, Piñata-Party. Wir nehmen uns. Wir nehmen uns. Die. Vierzehnte Piñata. Also, die hier. Wir haben vier, acht, zwölf, vierzehn. Drei Samtchen für die Mondblüme. Die haben wir leider nicht mehr. Dann die siebte. Dass die hier. Drei Samtchen für den Apfelmörsen. Den haben wir leider auch nicht. Und die achte. Das ist jetzt die hier. Tausend Münzen. Schade. Och, Mann. Natürlich. Das wäre jetzt die eigentliche achte gewesen. So ein Mist. Oder die ursprüngliche achte. Hätte ich vorhin ein anderes Päckchen weiter unten genommen, dann hätten wir das jetzt erwischt. Schade. Naja. Die Ataparty können wir gleich mal wieder fünf hier wählen. So, dann geht es weiter mit mit den Reiseklotz Sachen. Nämlich machen wir den Irvis. Oh, wenn wir das jetzt ein bisschen Blumen zertrampeln. Okay. Was haben wir denn da alles? Knoblauch. Kurzzeit Sonnenblume. Nehmen wir das Stachelkraut mit. Dann nehmen wir dieses Mal auch die Doppelsonnenblume mit. Aber naja. Wir nehmen dich mit. Dich. Dann noch... Hier ist die Kartoffel. Paprika-Tapult. Und Mangoldmangler. Das reicht hoffentlich. Hoffe ich. Ein bisschen Zeit haben wir ja. So, jetzt erst mal für Sonnensorgen. Und der Rest bleibt. Da kommen die ersten Zombies. Zwei Stück gleich. Dann hier eine Doppelsonnenblume hin. Dann. Machen wir hier noch eine hin. Du kommst dorthin. Und du dorthin. So, das ist jetzt ein bisschen schlecht gerade. Gehen wir nach den Mangoldmangler. Machen wir hier noch einen Mangoldmangler hin. So, dann holen wir uns die beiden jetzt. Hier ein Mangoldmangler. Dann machen wir jetzt den hier weg. Und holen ihn mit nach vorne. So, dann. Machen wir mal Paprika-Tapulte. So, du bist nachgebessert. Nein. Okay, warum habe ich das nicht gleich gemacht? Moment mal. Bitte was? Okay, die ist einfach drüber. Okay. Ich glaube, die hat sich auch noch mal geholt. So, hier oben hätten wir noch ein bisschen was. Oder das machen wir so. Was sind wir denn da noch? Das weg mit mir. Geschafft. Dann haben wir unseren ersten Schritt im Irrwis. Geschafft für heute. So, da nehme ich jetzt. Was nehme ich da mit? Ich glaube, ich nehme die Sonnenblume dieses Mal mit. Dann noch die Knallerbsel. Euch zwei wieder. Hochwalnuss. Noch irgendwas? Ich glaube, das war es eigentlich. Was nehme ich dann noch mit? Ach, nehme mir noch die Kokosnusskanone mit. Und den Stachelstein. So, Sonnenblumen kriegen wir. Dann haben wir hier auch gleich eine Knallerbsel. Und hier eine Knallerbsel. So, ah, da oben ist einer. So, ah, da oben ist einer. So, jetzt haben wir das geschafft. Neue Sonne. Dann machen wir noch hier vorne den Stachelstein hin. Dann machen wir auch mal eben schnell. Weil, das kostet mir gerade nicht so den Kram, dass die jetzt da war. So, immer schön neue Minzen. Ne, neue Sonnen. Okay, jetzt haben wir überall schon mal Stachelstein. Das finde ich gut. So, das ist auch gut. Dann machen wir jetzt. Hierher. Ah, zu spät leider. Haben wir das eh schon geschafft? Nein. Zum Glück hat es den hier vorne auch noch erwischt. Okay, unsere Knallerbsel ist stark genug. Puh. Schritt 3. Wie der Frost. Wir nehmen die Sonnenblume mit. Wir nehmen den... Puh. Hm. Wir nehmen mal den Pack-Choy mit. Blitzschiff. Mangoldmangler. Paprika-Tapult. Heißte Kartoffel. Und... Wir nehmen in dem Fall ist, glaube ich... Ach, wir nehmen die Kirschbombe mit. Fertig. So. Ey, da haben wir ja schon zwei Sonnenblumen. Geil. Das gefällt mir. Dann müssen wir weniger Sonnen dafür ausgeben. So, dann... Machen wir auf jeden Fall mal... Hier einen Mangoldmangler hin. Hier einen Blitzschiff. Ah, den schafft der Blitzschiff, glaube ich, alleine. Hier war ich noch ein Blitzschiff hin. Mangoldmangler. Hab ich, dass der Blitzschiff kommt hierher. So, jetzt wird's langsam Zeit. Ah, den lassen wir noch ein bisschen. Oh Mist. Jetzt. Sehr gut. Ach Mist, ich wollte ja nicht immer jetzt machen. Wow. So, ich hab' den Blitzschiff. So, ich hab' den Blitzschiff hierher. Ich hab' den Blitzschiff. Ich hab' den Blitzschiff. Wow. Wow. Die Wiese laufen einfach drüber. Das ist fies. So, ich hab' den Blitzschiff. So, ich hab' den Blitzschiff. Haben wir's geschafft? Nein. Mist, ich wollte das Paprik katapult. Weg mit dir. Weg mit dir. Geschafft. Der Herbus geht ja heute ziemlich einfach. Schritt 4. Loren. So, ich nehme mir die Sonnenblume mit. Ich glaube, ich nehme mir dieses Mal die Erbsenhülse mit. Die beiden. Knall-Erbse brauche ich nicht. Ja, dann. Ha. Stachelstein noch. Ah, Stachelkraut. Oh, ich finde das so geil, dass es jetzt nur noch 75 kostet. Aber was nehme ich noch mit? Ich brauche noch zwei Sachen. Hm. Ich nehme noch eine Walnuss, nehme ich mal mit. Die ganz normale Walnuss. Und den Eisbergsalat einfach mal. So, vielleicht schaffen wir wieder vier Sonnenblumen. Äh. Uns fehlt mehr Sonne. So, jetzt kommt der Zombie. Naja, fast vier. Der wird eingefroren und der wird eppich gemacht. So. Erstmal der hier. Dann, der hier. Dann, der hier. Naja, fast. Funktioniert schon mal gut. Wow. So. Und gleich weiter. So, das sind jetzt fünf. Ich stelle hier noch einen. Das muss einfach reichen. Und es hat gereicht. Da kommt jetzt hier einer hin. Und jeder Fünfte. Du wirst mal eingefroren. Und dann sollte das auch reichen. Ja, das reicht definitiv. Ha. Super. 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 Und jetzt der letzte €, der Schritt 5. Musik